Die haben da ja so ihre Probleme mit uns. Ähm, so, ganz minimale. Wir sind ganz unschuldig. Donuts the Wolf Part 2. Ja. Noch ein Plakat, oder? Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hahaha. Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir Wassam, okay? Okay. Wahrscheinlich seine Tochter. Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Ja. Sie klang ein bisschen enttäuscht. Äh. Aber das ist auch nichts im Vergleich zu dem hier. Gehen wir durch die Gasse. Oh, oh. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Woher hast du 24 Tosen Bacon? Ja. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Ich hab deine Antwort im Sticker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Ja. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. Sie können ja mir auch so ein bisschen leid tun. Äh. Die sind aber zu weit weg. Das wird so nichts. Ah. Scheiße. Ich fange an, den Bogen wirklich zu werfen. Schnapp die! Hä? Was war dann? Bin ich jetzt blind? Oh. Oh. Scheiße. Wow. Nein. Oh, ich hab getroffen, wie das aussieht. Feigling. Ey, Ellie, du bist im Weg. Scheiße. Scheißding. Fuck. Ja, der ist auch super gepanzert. Da rein, da rein. Au. Fuck, ey. Okay. Mann, Ellie, lauf mir doch nicht vor die Flinte. Hier, so weit kommen wir jetzt, wenn wir das nicht. Au. Ende. Fuck. Scheißding, ey. Was machen wir dagegen bloß? Er sucht uns jetzt auch. Wir kommen doch nicht ran in das Scheißding. Okay. 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 Ich könnte höchstens versuchen, durch den Schlüster zu schießen. Scheiße. Ich glaube, dass es wird. Ich versuch's einfach mal. Scheiße, ey. Ey. Ach nee. Fuck. Ich glaube, die Idee ist vielleicht wirklich die beste. Der ist so gepanzert. Das ist so gepanzert. Das ist so gepanzert. Aber da kommen wir dann am besten oben rum. Von da, ne? Aber möglichst so, dass er uns nicht sieht. Das wäre nämlich schlecht. Er kann ja auch nicht so besonders gut fahren. Oh. Fuck. Laufen. 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 Er ist aber noch nicht tot. Oh Gott. Shit. Scheiße. Oh, that's a good one. Let's go. Ow! Whoops. Ja. Ich habe aber auch einen Medikit-Verschleiß. Moment. Scheiße. Scheiße. Wow. Ich habe das Gefühl, dass er uns verfolgt. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja. Ja, also. Was ist das scheiß Ding da oben? Aber nach oben müsste der eigentlich nicht schießen können. Dafür müsste er zu eingeschränkt sein, wenn ich das richtig sehe. Hä? Hä? Und du? Hä? Ich muss da doch irgendwie rüber. Ja, genau so. Ach je, oh je... Ja, ja. Oh. Ja. Ja. Jetzt ist das Ganze schön in der Stimmung. Toll. Na gut, wenn ich so ein bisschen was zum Basteln ist da, dann kann ich mir noch ein neues Medikin bauen. Ich brauche euch ganz dringend. Hops. Hä? Und jetzt? Hier komme ich nicht wirklich weiter. Ich könnte da runterspringen, ja. Ob das so gut ist? Naja. Da könnte ich hoch. Oh oh. Oh shit, oh shit. Das ist ja ein scheiß Ding, ey. Ah. Oh. Oh. Die Ruhe! Wenn's ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du wirst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind die Kinder. Die Stärksten überleben. Du weißt schon, wie du blutest. Ach, das ist echt. Ich hätte ihn gerade voll aufgeschlitzt. Ich bin Henry. Das ist Sam. Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wir sind alle zwei. Das wissen wir. Wir waren zu Meere. Man hat für eine tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorredesuche. Die Wichser haben uns überfallen. Auf uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Je näher, desto besser und so. Sie hat recht. Es könnte was werden. Wir haben ein Versteckgarten entnehmen. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Besser als nichts. Kommt danach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Soll eigentlich ja total übel sein. Ja, das Militär ist ja. Wir müssen weg. Das ist ja vermutlich wie hier. Ali, würdest du bitte bei mir bleiben? Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Hallo? Okay, kaum ist jemand anderes da, braucht sie Joel offensichtlich nicht mehr. Was ist das? Molotovs verbessert. Der Explosionsradius ist jetzt 1,5 mal so groß. Okay. Das ist nett. Das ist aber auch gefährlich für alle selber. Ach, Ali. Ihr seid doch doof. Warum wartet ihr nicht mal auf mich? Da ist sie. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Ja, man ist immerhin nicht mal alleine. Ja, ich muss jetzt erstmal die Tür drauf machen. Ach. Okay. Ui. Teile, Teile. Munition, Teile. Was? Achso, das war Ali. Muss sie mich so erschrecken. Ist das ein Damenspiel? Oder ein Schachspiel? Oder sowas? Ja. Ich meine, stehen die Figuren noch auf dem Brett. Oh ja, das hat sich genutzt, hier einzubrechen. Ich meine, es wird sowieso niemand sich beschweren. Das ist das Kinderzimmer? Oder das Jugendzimmer vielmehr? Thinkre. 지our, Yeah. The Ιnąe. Future Tank, achso. Ja, so, typisch halt. Hier sind wir noch mit den Kartons. Blood Samurai. If you are a dream. Search Starlight. Okay. Hat sich also auch für Ellie gelaunt. Die Ballzimmer sehen irgendwie alle gleich aus, finde ich. Also sonst ist es ganz schön, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist. Aber die Ballzimmer sehen mir doch zu ähnlich aus, weil die hier irgendwie immer die gleichen Fliesen dahin haben. September. Ja. Haben wir gerade. Das finde ich ein bisschen gruselig gerade. Wir haben sehr viele Tiergemälde gehabt. Gut. Dann sehen wir auch mal, wie es weitergeht. Beim nächsten Mal. Das ist ein schöner Kapitelabschluss. Äh, Neubeginn. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.